Halt mal! Jetzt muss ich mal drauf achten. Also der Preis, den ich gesagt habe, ich finde die Preise eigentlich ziemlich günstig noch. Ich habe da schon Spiele gesehen, die waren so teuer, das finde ich eigentlich ziemlich günstig. Die reiß ich auch allein in die Apokalypse Edition von Dead Rising. Einfach geil. Willkommen beim Stream. Wenn jemand die Seite wissen will, einfach fragen, kann ich sie sofort geben. Schreibe ich dann einfach. Nein! Boah! Scheiße! Verdammt! Verdammt! Ich hatte diese Fiecher! Kann sich ruhig mutieren, du Arsch! Du stirbst trotzdem! Sie beide bleiben hier und kümmern sich um die Verwundeten! Ich etwa schon an der Stelle vorbei bin... Ne, hier ist die Stelle! Hier ist die Stelle, hier kommt das nächste Emblem! Na, ich frag mich wo... Ich muss mal kurz gucken... So, Emblem... Wie gesagt, ich will da noch nicht suchen, die ganze Zeit, es dauert einfach viel zu lang! Aha, okay, gut, dann weiß ich das auch! Dann geht's mal weiter! Roger! Okay, bis dann, Benny! Ciao, ciao! Feind gesichtet, in Deckung! Ich will nicht, dass jemand vorrückt! Dupfen und zielen, das reicht! HQ an alle Teams! Uns haben gerade Berichte über Feind-Ansammlungen bei Wursauern erreicht! Seien Sie vorsichtig! Oh, verdammt! Kommt schon laut nach! Ehh, was ist jetzt los? Diese Falle ich einfach rum! Ich bin von hinten geschossen oder was? Hallo, schließt auch mal, wenn man hier in Deckung ist! krasser scheiß wieder abgehen so schön hier alles holen na toll bisher habe ich nichts besonderes dabei handgranate ok das wird ja noch lustig und hänken auch nicht wirklich wir haben den kontakt zur aufklärungseinheit verloren seien sie vorsichtig so jetzt bin ich erst mal teils geheilt ja ja ich habe schon mal den kopf schießen das ist gut das gibt es ja nichts schade bleib tot sonst gibt es ja nichts schade das ist die stelle naja ok dann weiß ich wo sie ist da wollte ich ein scharfschützengewehr am besten aber leider habe ich das noch nicht schade Das ist ... verdammt treffer so dann geht es mal weiter hier ich komme beim stream oh nein jetzt kommt die oder mitarbeiter als geistern festgehalten ihr würdet richtig losgehen der kann ja gar keine handgranate werfen richtig wir haben uns formiert und warten auf befehle bei karo 3 läuft es nicht besonders gut wir haben gerade nur system ist scheiße wir haben uns formiert und warten auf befehle kommt schon platz da abseilig hier 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 Näh, näh, näh. Pass ut my hand! Yeah, ten to go. What kind theyكان? You hold this sword for you.